Ursula von der Leyen, hier im Internet besser bekannt als Zensula, soll also Kommissionspräsidentin werden. Und alle so schlimm, 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 schlimm. Aber ist das auch wirklich so eine Katastrophe? Über drei Aspekte regen sich gerade alle auf. Das Ende des Spitzenkandidatensystems, die bösen Hinterzimmer und die vermeintliche Unfähigkeit von von der Leyen selbst. Lass uns also mal schauen, was dran ist. Das Spitzenkandidatensystem. Der Gag ist, rechtlich gesehen gibt es eigentlich gar kein Spitzenkandidatensystem. In anderen Sprachen gibt es noch nicht mal ein Wort dafür. Das ist wie mit Zeitgeist oder Blitzkrieg. Andere Sprachen adoptieren das deutsche Wort, sei es auf Englisch, Französisch, Italienisch oder sogar Griechisch. Welcome to the German Spitzenkandidatensystem. Also, worum geht's? Mal sehr kurz zusammengefasst. Zwischen den Institutionen in Brüssel herrscht seit jeher ein Machtkampf. Auf der einen Seite stehen die Nationalstaaten, die ungern ihre Macht nach Brüssel abgeben. Auf der anderen Seite sind die sogenannten supranationalen Institutionen, die eher gesamteuropäisch denken, vor allem das Europäische Parlament. Das hat über Jahrzehnte immer mehr Macht bekommen, ist aber weiterhin schwächer als die anderen Institutionen. So, und dieses Machtverhältnis drückt sich auch in den Regeln aus, wie eigentlich der Kommissionspräsident bestimmt wird. Der Europäische Rat, also die Regierungschef der EU-Staaten, Merkel, Macron, Orbán und so weiter, die schlagen dem EU-Parlament einen Kandidaten vor. Und dabei müssen sie das Ergebnis der Europawahl nur berücksichtigen. Das Parlament kann rechtlich gesehen nur zustimmen oder ablehnen. Aber um mehr Macht zu bekommen und auch um die EU demokratischer zu machen, hatten sich die Parlamentarier bei der vorletzten EU-Wahl 2014 das Spitzenkandidatensystem einfallen lassen. Die beiden größten Parteien, die Konservativen und die Sozialdemokraten, beherrschten das Parlament und stellten Spitzenkandidaten auf. Durch die demokratische Legitimation der EU-Wahl sollten so die Regierungschefs quasi gezwungen werden, den Gewinner nominieren zu müssen. Dank der Mehrheit der Sozis und Konservativen hatte das auch geklappt. Jean-Claude Juncker wurde Kommissionspräsident. Dieses Mal kam es allerdings anders. Zum einen gibt es Regierungschefs wie Macron, die das Spitzenkandidatensystem nicht akzeptieren. Zum anderen haben Konservative und Sozialdemokraten keine Mehrheit mehr im Parlament, können also nicht mehr unter sich es ausklüngeln. Manfred Weber, man mag über ihn halten, was man will, hat die Wahl gewonnen. Den Sozialdemokraten war der eigene Kandidat aber wichtiger, als das Spitzenkandidatensystem zu retten. Und die Liberalen witterten ihre Chance und wollten ihre Top-Personalie Margarete Vesteyer zur Kommissionschefin machen. Dazu kommt, dass das Spitzenkandidatensystem von uns Deutschen maßlos überschätzt wird. Es gibt keine transnationalen Listen. Die Spitzenkandidaten können nur in dem Land gewählt werden, wo sie auch antreten. Außerdem wählt kaum ein Grieche Konservativ, weil ihm Manfred Weber gefällt. Wenn sich also Sozis oder Liberale jetzt beklagen, dass das Spitzenkandidatensystem tot sei, dann ist das schon ziemlich scheinheilig. Sie alle haben das Game of Thrones mitgespielt, auf Kosten des Spitzenkandidatensystems. Genüsslich zuzusehen, wie Macron den Spitzenkandidaten Weber absägt, in der Hoffnung, dass es dann auf Timmermans hinausläuft, um sich dann zu beschweren, das System sei tot, ist halt einfach scheinheilig. Und damit kommen wir zum nächsten Punkt. Die bösen Hinterzimmer. Jetzt ist die Frage, was man unter Hinterzimmer versteht. Für mich sind das in erster Linie geheime Lobbytreffen oder versteckte Absprachen beim Abendessen und so weiter. Der Personalpoker, der jetzt von der Leyen an die Spitze der EU bringt, wurde allerdings im Europäischen Rat ausgehandelt. Oder wie der CDUler Ruprecht Polenz schreibt. Wir beklagen die Zerrissenheit der EU, die ständigen Block haben. Jetzt haben sich Regierungschefs aller 28 Mitgliedstaaten auf von der Leyen geeinigt. Statt die Chance zu sehen, empfehlen viele dem Europäischen Parlament zu blockieren, ohne jede Idee, wer mehrheitsfähig wäre. Und da ist was dran. In Zeiten von Brexit, Orbán, Salvini und den ganzen neuen Populisten im EU-Parlament ist es schon eine Leistung, die EU überhaupt handlungsfähig zu halten. Es gibt in der EU wirklich viel zu viel, was im Hinterzimmer gemauschelt wird. Bei der Sache jetzt finde ich den Vergleich irgendwie aber nicht ganz so passend. Und damit kommen wir zum Ergebnis. Also zu Ursula von der Leyen. Was Zensula alles verkackt hat, liste ich jetzt hier mal nicht auf aus Gründen. Zu berücksichtigen wäre allerdings, dass die Personalie tatsächlich auch Vorteile hat. Die osteuropäischen Staaten kommen auf sie klar, wohl wegen ihrer klaren Kante gegen Russland. Muss man nicht gut finden, hält aber die EU zusammen. Zudem hat Macron sie persönlich vorgeschlagen. Der deutsch-französische Motto funktioniert angeblich wieder, so die Lesart jetzt. Dazu ist von der Leyen überzeugte Europäerin, hat, warum auch immer, international ein sehr gutes Standing und kann sich somit auf Augenhöhe bewegen. Und dann kann sie auch vernünftig Englisch und Französisch sprechen. Okay, zugegeben, das wäre in etwa die Minimalanforderungen, die jeder Praktikant in Brüssel erfüllen muss. Aber hey, immerhin bleibt uns dann sowas erspart. Ich denke, der Komitee war sehr kompetent, gut vorbereitet. Und ich bin sicher, dass es eine Chance für eine gute Partnerschaft in den nächsten Jahren gibt.